5, 4, 3, 2, 1 Ich weiß nicht, seit dem letzten Update bin ich total rass. Vielleicht sollte ich doch mal mein Deck umstellen. Du der Magier. Ich habe auch die letzten Male so viel Mist gespielt, ich weiß auch nicht. Komme ich mir selber schon ziemlich schlecht vor. Das haben die anderen abgemerkt, glaube ich. Aber okay. Aber ich muss sagen, gegen die Level 10er habe ich bessere Chancen gehabt, als gegen 8er, 9er. Keine Chance, ich weiß auch nicht. So gut wie jedes Spiel gegen den Level 8er verloren. Aber die sind wahrscheinlich nicht umsonst hier oben. Trophäenmäßig. Ich habe jetzt den Königsriesen reingenommen. Ich hatte vorher den Ritter drin, das hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Aber ich muss sagen, der geht ganz gut. Okay, hat man jetzt hier wahrscheinlich nicht so gesehen. Oh Mann. Ja, das werde ich, denke ich mal, ziemlich verlieren. Oh Mann. Aber in Arena 9 nicht das erste und nicht das letzte Mal. Da ist zur Zeit einfach gar nicht läuft. Wie gesagt, ich weiß nicht, was los ist. Ich muss mir wenigstens einen Traum noch holen. Ja okay, den kriegen wir auf jeden Fall. Aber das war es jetzt auch. Na gut, okay. Ich habe es mal probiert. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, bis denn. Ciao, bis denn.